Da laufen bitte. Da hinten sind zwei gelaufen, wo seid ihr hin? Da hinten laufen sie. Verachst du den? Da hat ein Bambi geaxtet, den geh ich rächen. Das ist lustig Flo, das muss ich auch machen. Ja, deine Wache ist leer. Das ist Antibar. Ja, weil ich habe ihn getötet und war nur eine Splute wie ein Schwein. Ich habe ihn getötet. Ja, aber mit der Axt. Hat der keine Waffe? Was für eine Waffe? Oh, du hättest es sehen müssen. Oh, das ist so geil. Der hatte eine Schropflitte. Und der steckt die Axt weg und drückt ab und macht die ganze Zeit klick, 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 klick. Nein, meine Wrecks sind ruiniert, ich kann mich nicht verarsten. Ah, der hat Bandagen, geil. Ah, sehr gut. Das verredigt mich von heute Abend. Jetzt habe ich nämlich eine Schropflitte. Mit Monizieren. Aber ich habe auch noch Fertscher, Scheiße.